Das war alles mein Fehler. Sag mal, Schwesterchen, tust du das wegen des Puddings? Was tue ich denn? Schwesterchen, du darfst dich nicht umbringen. Das mach ich auch nicht. Wo willst du hin? Zum Supermarkt. Hey, den Pudding, den kann ich auch für dich kaufen. Ist ja schon gut. Bist du böse auf mich? Quatsch, kein Unsinn. Bist du auch wirklich nicht böse mit mir? Nein, bin ich nicht. Sag mal, Schwesterchen, tust du das wegen des Puddings? Ich hab vergesst, was ich sagen muss.